So, gucken wir mal, so, so, da und da, das muss 4 Stacks, das reicht jetzt, wenn das jetzt nicht reicht, dann, ja, weiß ich auch nicht, ich hoffe einfach mal, wie kann man denn die Anzeige da oben überhaupt ausmachen, das habe ich glaube auch schon mal gefragt, wenn ihr das wisst, bitte hilf, bitte hilf mir, weil ich mich nicht in die Anzeige da oben aushaben, das nervt mich, weil bei dir immer so, so, hin und her geht, das nervt ein wenig, lol, sonst bräuchte gleich eine Leiter, ernsthaft, braucht gleich eine Leiter, eine, warum, Holzzeugsleiter, Laszuleiter, hey, Leiter. So, jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie ich den Aufgang mache. Was für Aufgang meine ich, ich meine hier den Eingang. Oh, hier ist mein Kraftenterminal, mein Kraftentable, mein Kraftenterminal. Ich würde sagen, so, dann bauen wir hier drei vor. So, mache ich das da weg, so, 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 so. So, gehen wir kurz schlafen und dann überlege ich mal kurz weiter. Ich glaube, sobald die Sonne um den Horizont erreicht hat, kann man, ähm, kann man schlafen. Ich bin mir nicht sicher, aber ob das wirklich so ist, aber ich, ich glaube es. So. Boah, ich brauche ja nur kurz, nur hier kurz. So. Fertig. Den da noch. So. Jetzt bin nämlich kurz am überlegen, ob wir, ähm, wie ich das, wie ich das machen möchte. Okay. Am liebsten würde ich es ja aus dem hier machen. So. Und noch ein paar Slaps bitte. Fuck. So. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Sag ich so. Hm. Bisschen niedrig, oder? ganz zu niedrig gebaut fuck hallo ich lass mich hier hoch so 1,2 jetzt sieht es schon besser aus von der Höhe her so 1,2,3 das war falsch so 4 4 4 4 5 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 6 6 7 7 8 9 5 5 5 5 5 6 6 6 7 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 10 6 8